Unser neues Kochfeld XT mit integriertem Dunstabzug aus Rotenburger Produktion ist ein echtes Highlight. Das Kochfeld bietet maximale Freiheit in der Küchenplanung und ganz neue Möglichkeiten beim Kochen. Durch die Flexi-Bridge auf beiden Seiten können Sie unterschiedliches Kochgeschirr verwenden. Zum Beispiel einen kleinen oder großen Topf oder den AEG-Planschergrill. Damit haben Sie eine der größten Kochzonen am Markt. Und das Ganze mit der AEG-typischen Direct-Kontrollbedienung. Ganz gleich, ob Sie ein saftiges Steak braten oder einen großen Topf Nudeln kochen, dank des leistungsstarken Lüfters und der Autofunktion, die automatisch die Leistungsstufe des Lüfters anpasst, sind Sie beim Kochen immer auf der sauberen Seite. Auch in einer offenen Wohnküche können Sie und Ihre Gäste sich noch ganz entspannt unterhalten. Über die myAEG Kitchen App lässt sich der Abzug zudem auch ganz bequem vom Sofa steuern. Der kombinierte Fett- und Geruchsfilter ist einfach von oben zugänglich, spülmaschinen geeignet und regenerierbar. Dazu ist er auch flächenbündig verbaut, sodass ein Topf auch mal verschoben werden kann. Das neue Kochfeld XT ist in nur 30 Schritten eingebaut. Das sind 65% weniger Installationsschritte als beim Vorgänger. In der Planungsbroschüre finden Sie Installationsmöglichkeiten für alle Einbausituationen. So können Sie die Luftführung zum Beispiel im Umluftbetrieb ungeführt in den Schrank planen oder geführt über den Sockel in den Raum. Damit haben Sie maximale Freiheit bei der Küchenplanung. Als ideale Ergänzung beim Kochen gibt es noch einen praktischen Topfdeckel mit Dampföffnung als Zubehör. Damit gelangt der Dampf direkt dahin, wo er hingehört. Ihre Küche in Ihrem Stil mit dem Kochfeld XT ist vor allem, um den поговор sacrifice zu einem neuen Test im Gift geben, also wird es als gereinigt. Vielen Dank.